Liebe Studentinnen und Studenten, erinnern Sie sich, warum die Brexit-Abstimmung für den Austritt ausgegangen ist? Weil viele junge Leute gedacht haben, ist ja eh nicht so wichtig. Ja, natürlich, ich weiß schon, die ÖH-Wahl ist keine Abstimmung über den Austritt Österreichs aus der EU. Aber Sie, Sie wählen Ihre Studierendenvertretung. Wenn Sie nicht hingehen, überlassen Sie anderen die Entscheidung. Ist das gescheit? Nein. Und das sage ich nicht nur als Bundespräsident, das sage ich auch als ehemaliger Uni-Professor, Uni Wien übrigens. Also hingehen und wählen. Danke. 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 Danke.